Wackelmarkt ist das, was wir beim DAX aktuell sehen. Ihr seht, dass wir hier heute mit einem Gap nach unten erstmal aufgemacht haben. Das sieht schon mal nicht so toll aus. Für all diejenigen, die immer sagen, Gaps werden geschlossen. Die freuen sich denn, wir sind tatsächlich auf dem besten Weg. Wir sind aktuell hier. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit man es sieht. Aktuell jetzt hier 13.730. Der Schlusskurs lag hier. Also ein bisschen was ist noch da. 100 Punkte. Circa muss der Kurs nochmal nach oben. Aber ihr seht, also das Gap ist geschlossen. Allerdings seht ihr, dass dieses Gap natürlich noch offen ist. Also so wie zur Regel, die werden immer geschlossen. Aber die Tendenz ist natürlich da, dass früher oder später das passiert. Und aktuell ist der Kurs auf dem besten Wege dahin. Was ist also zu erwarten? Für den DAX generell gesprochen, wir sehen immerhin, dass es nach oben geht. Ich muss allerdings sagen, insgesamt ist diese Aufwärtsbewegung noch irgendwie nicht so glücklich. Aber es gibt noch eine gewisse Chance für die bullische Seite. Und die sieht ungefähr folgendermaßen aus, dass das hier ja der 5-Weller nach oben ist. Guck, ich mache es mal ein bisschen größer. Das ist der 5-Weller vom Tief hier vom 9. Mai hier. Da ist das Tief gewesen, 9.10. Mai. Anschließend relativ stark, ich sage mal 5-Weller nach oben. Und anschließend wäre es denkbar, dass wir so etwas wie eine Korrektur haben, die eine Seitwärtskorrektur ist. Und der Kurs sich nach oben nochmal fortsetzt. Wenn dem so sein sollte, dann ist es bestmöglich, wenn es hier stark nach oben geht. Jawohl, Check 1. Wenn es anschließend irgendwann mal eine Korrektur macht, irgendwie sowas in dieser Richtung, vielleicht auch kleine, aber irgendwie sowas mal korrektiv hier. Das fehlt noch, können wir noch keinen Check machen. Da ist noch ein Fragezeichen dran. Und drittens natürlich, dass er dann das Zwischenhoch bricht. Wie gesagt, wenn es eine A, B, C ist, das geht auch. Dann das Zwischenhoch bricht. Auch das wissen wir nicht. Klar, können wir ja noch nicht, solange das noch nicht da ist. Also, beim DAX ist das bullische Bild noch nicht gänzlich vom Tisch. Es ist noch durchaus möglich, dann sollte allerdings diese Tiefmarke bei ungefähr 13.470 nicht mehr durchstoßen werden. Sonst ist zumindest mal diese Idee erstmal obsolet. Und dann wäre tatsächlich mindestens mal eine Fortsetzung dieser Art und also nochmal ein gutes Stück tiefer auch realistisch mit Chancen oder Gefahr, dass wir dann auch dieses Tief nochmal rausnehmen. Solange wir oberhalb bleiben, ich sage mal eine Art Frühindikator. Nehmen wir mal an, das hier ist, da gibt es jetzt verschiedene Varianten, aber das ist der Anstieg, den wir jetzt hier haben. Rücksetzer sind ja klassischerweise, ihr erinnert euch, in diese Zone. Das heißt, wir müssen nicht mal unbedingt das hier als ein Warnsignal sehen. Wenn wir hier drunter gehen, ungefähr, wenn ihr es nicht lesen könnt, 560, 70, 540, jetzt beim Future in etwa. Das sind so Punkte, wo ich sage, wird das wirklich noch das bullische Bild? Alles, was oberhalb ist und vor allen Dingen alles, was vorher wackelig ist, würde mir eigentlich einen ganz guten Eindruck bringen, bullisch vielleicht gar nicht so schlecht. Also das sind mal so die Grenzfälle, wo man sagen kann, jetzt wechselt das Bild. Schauen wir auf den Dow Jones, hier den Future, dann sehen wir, dass wir ja auch stark abwärts gelaufen sind. Müssen allerdings dazu sagen, so richtig die Stärke nach unten hatten wir auch nicht. Manch einer würde sagen, das sieht doch korrektiv aus, völlig zu Recht, hätte ich das vorne ausgeblendet hier und hätte euch gesagt, nee, nee, vorher ist es so, würdet ihr sagen, das ist doch super korrektiv. Und dann wäre die Erwartungshaltung nach oben. Der Witz ist, das funktioniert eigentlich auch in diesem Fall, dann ist es eine typischerweise eine Ending-Diagonal-Situation, also eine Geschichte, die am Ende einer Bewegung ist und dann müsste der Kurs nach oben. Das Einzige ist mit der Zielbestimmung, denn uns fehlt ja dieses Zielmaß vorne, dann können wir das nicht anlehnen, aber zumindest mal haben wir eine Chance, dass es weiter dann nach oben geht. Also nicht so schlecht beim Dow Jones. Auf der anderen Seite, und da seht ihr schon wieder das W und 8, das Hin und Her für alle, die die Intraday traden, schaut euch diese Aufwärtsbewegung an. Das ist jetzt das letzte Ende, was wir hier haben. Kursüberschneidung, auch hier Kursüberschneidung. Wir sehen also, die Marktteilnehmer sind sich noch absolut uneinig, worauf sie sich da einlassen. Es sieht immer noch doof aus. Das letzte, das allerletzte Ende hier im Minutenschart ist eher wackelig hoch, also vielleicht sogar noch mal die Abwärtsseite, aber im Minutenschart, bis ihr das Video seht, ist dann die Geschichte auch rum. Das ist nur was fürs Auge zum Trainieren, um sich ein bisschen zu orientieren, woran man da oder wohin man gucken sollte. Schauen wir auf den S&P 500. Auch der ist sehr gemessen am Future natürlich weit runtergekommen, hat jetzt eine Aufwärtsbewegung, aber auch der ist wieder mal überschneidend. Und erinnert ihr euch, gestern hatten wir das Thema schon mal, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt genau war, wo ich gesagt habe, ja, aufwärts schon, aber irgendwie, das ist mir zu viel Überschneidung. Immer wenn es überschneidend nach oben geht, vorher stark, ist die Wahrscheinlichkeit nach unten stark. Wenn es überschneidend nach oben geht, vorher stark, ist die Wahrscheinlichkeit nach unten stark. Ihr seht, also das ist, je klarer der Unterschied, desto besser. Hier ist es zumindest mal zügig hoch, das ist schon mal der Vorteil, aber es ist ebenfalls überlappend, denn ihr seht, dass diese Hochs und Tiefs überschneidend sind. Das ist korrektiv eigentlich und nicht wirklich gut. Ich würde mich breitschlagen lassen, wenn der Kurs jetzt wirklich sehr wackelig hier runter geht, sodass man wieder unterscheiden kann. Nicht ganz so toll nach oben, wegen Kursüberschneidung, aber noch viel schlechter, langweiliger nach unten, dann würde ich sagen, naja gut, geben wir dem noch die Chance nach oben. Aber dann muss dieses Teilstück dann schon sehr korrektiv sein, um mich da noch in das Tun zu bringen. Ansonsten ist das ein möglicher Entry, Trigger für die Short-Seite, wegen der Überschneidung, dann wäre das korrektiv und die Erwartungshaltung, dass wir das Tief hier nochmal sehen. Einziger Nachteil, wenn es eben wirklich dieses Leading ist, also dieses mit dem Überlappen und jetzt hier Korrektiv, dann kann er ja trotzdem da drunter fallen, dann wäre ich fälschliche Short getriggert und der Kurs würde dann nach oben gehen. Das ist der Grund, warum ich Situationen wie diese dann meistens nicht so gerne in die Umsetzung bringe. Aber man muss ja auch nicht auf Minutenbasis, aber für alle, die jetzt Intraday sehr gerne drauf gucken, das mal so als kleine Idee, wie man die Situation anpacken kann. Tendenziell aber jetzt zumindest erstmal einigermaßen zügig hoch. Achten wir also drauf, ob die Antwort jetzt korrektiv ist. Und da sind wir direkt beim Nasdaq, auch hier Tiefpunkt, machen wir den wieder mal ein bisschen größer. Tiefpunkt, dann hatten wir einen steilen Anstieg. Ach komm, machen wir das auf Minute, dann sehen wir doch noch mehr. Ja, wir haben ja alles da. So ist es ja nicht. Steile Aufwärtsbewegung. Und wir sind jetzt im Minutenschart. Ich weiß, das ist nicht für alle so beliebt, denen zu handeln. Darum geht es auch nicht. Aber wenn ihr seht, ihr habt eine starke Aufwärtsbewegung und habt dann eine wackelige mit Kursüberschneidung Abwärtsbewegung. Ich mache es nochmal weg, dann fällt es... Man weiß so ungefähr, was er meint. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, also das ist korrektiv und dementsprechend für alle, die im Minutenschart unterwegs sind, ein möglicher Longtrade gewesen mit der Erwartungshaltung, dass das sich zumindest nochmal fortsetzt. Mit Chancen auf mehr, aber zumindest mal so diese 1 zu 1 Geschichte. So, das ist jetzt theoretisch, weil in der Vergangenheit und zweitens Minute für viele zu kurz ist, aber ich möchte, dass sich das Auge daran gewöhnt, euer Auge daran gewöhnt und ihr sagt, erste Welle, zweite Welle und dann geht nochmal die Fortsetzung. Es ist hier ein bisschen fraglich, wie sauber das Ganze jetzt hier ist. Ist das jetzt hier dann die Korrektur? Ist das hier vorne die scharfe? Das hier... Insgesamt hat man aber eher den Eindruck, da sind wir fast 5-wellig unterwegs. Das wiederum finde ich cool, denn nach 5 Wellen kommt häufig so eine A, B, C. Das heißt, wenn der Kurs früher oder später dreht, das ist jetzt keine Ankündigung, Leute geht short, der dreht da jetzt. Es ist nur so, dass wir fast alles gesehen haben dafür. Wir können es mal einmal gemeinsam durchmessen. Auf Minute ist es immer so ein bisschen fraglich, wie genau das ist. Immer ein bisschen ungenauer, aber wir messen mal die erste... Machen wir da schöne Übungen hier mit dazu. Erste Bewegung, zack, und dann auf die fünfte nochmal anlegen. Und dann messen wir mal die erste bis zur dritten einschließlich. Und da ist jetzt so ein bisschen fraglich, wir haben einerseits das und so eine Seitwärtskorrektur. Das passt nicht so sehr und die Alternative wäre von da bis zum höchsten Punkt und dann da hinziehen. Und dann haben wir wenigstens so ein bisschen was an Cluster. Zugegeben, Clustermäßig ist das nicht so schön, wie ich mir das vorstelle. Manchmal ist es so, dass wir viele Marken aufeinander liegen haben, so wie hier jetzt. Wichtig, da ist jetzt keine Garantie, dass der Kurs da hinkommt. Bitte das nie so auffassen, drei Linien, da muss der Kurs hin. Ja, aber, also die brauchen wir schon mal auf jeden Fall nie. Also erstens sind wir durch und zweitens ist die niedriger als das. Das entspricht nicht der Idee. Die ist ziemlich alleinstehend. Das heißt, hier haben wir immerhin zwei Marken. Nichts gegen Alleinstehende, aber wie das so immer ist, manchmal ist die Aussagekraft halt größer, je mehr es sind. Das heißt, wir haben hier eine erste Chance für den Dreh, aber noch besser wäre es hier, wenn der Kurs also tatsächlich bis da hoch käme, wäre hier eigentlich ein sehr typisches Ende für diese Aufwärtsbewegung. Und wenn dann die Korrektur A, B, C in unserem Bereich, Fibonacci, ihr kennt das, tiefste bis höchste, ich nehme ihn mal an, hin auf dahin, das ist jetzt keine Garantie, 12.130. Ich weiß nicht, ob er das erreicht, aber wenn er hier dreht, dann wäre das das richtige Fiboniveau und dann müsste meine Kiste natürlich etwas höher liegen, nämlich 38, 20, 61, 8, dann müsste der Rücksetzer hier runtergehen. Sieht jetzt nach einer langen Kiste aus, vorsichtig, wir sind auf Minute, das heißt, das kann durchaus sein, dass es am heutigen Nachmittag oder am Abend dann passiert, so dass die Feierabendhändler unter euch dann vielleicht zum Zuge kommen können, unter der Bedingung, dass das sich so auflöst und umgekehrt, für die, die den Anstieg noch miterleben, da mal drauf gucken, ob der Kurs dreht, sprich, Schübe nach unten entwickelt und wackerlich hoch geht, dann die Abwärtsseite vielleicht mitnehmen oder ob der Kurs sagt, pah, Marken, hat der Rüdiger gezeichnet, das interessiert doch sowieso, keine Sau, also gehen wir durch. Das ist doch auch eine Aussage. Also dementsprechend, wenn es hier nicht an der Stelle zum Schub nach unten kommt, dann haben wir da zumindest vorläufig noch nicht die Short-Seite auf dem Plan. So, jetzt habe ich lange gesprochen, aber ich finde das wichtig und ganz passend, auch gerade für heute. Wie gesagt, das sind Orientierungsmarken, da wird geguckt. Wer nicht genau weiß, worauf gucke ich da, achtet in diesem Umfeld, ob der Kurs irgendwie sowas macht, im Minutenschart, ganz klein, dann könnt ihr das mitnehmen und wer jetzt sagt, Minute interessiert mich nicht, das gleiche Prozedere, könnt ihr hier auf den größeren ebenfalls machen, denn auch hier haben wir, guckt mal, ein Cluster im Wochenchart. Hier werden wir jetzt gucken, ob wir im Großen, also im größeren als im Minutenschart, zum Beispiel im Tagesschart oder im Mehrstundenschart, dann einen Dreh kriegen. Also diese Unterstützungsmarke haben wir jetzt erreicht und dementsprechend hat der Markt jetzt auf der Long-Seite dieses Szenario, genauso wie hier jetzt im kurzfristigen auf der Short-Seite, also auf der Oberseite, für einen möglichen Short die Chance daran zu drehen. So, jetzt länger will ich es auch nicht machen. Euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.